Da bin ich gerade dran, aber ich suche mich zu Tod am Witter-Gipfel, äh, Witter, wie heißt das Ding? So, na dann nehme ich erst mal was anderes. Witter-Blick-Gipfel. Nehme ich Sie am Ort. Ich gehe mal zu diesem Geisel-Kiewachturm, falls den noch niemand hat oder unterwegs ist dann. Die Sackle haben sie mittlerweile gefunden. Ich bin gerade dabei. Es sind so viele Schaufler. Er hat schon den Witter-Blick-Gipfel. Ja, da bin ich dran, aber ich suche mich irgendwie zu Tode hier. Welche Kackviecher, ey. Dann dieses Sia-Mod-Zuflucht, hat das schon jemand? Bin ich jetzt gerade da, auf dem Weg. Ich bin genau in den Kluftversuch, gerade. Das Sia-Mod bin ich gerade dran. Ja, ja, okay. Geisel-Kiefer-Wachturm. Da bin ich gerade. Okay, Sackgasse der Massen. Ja, Sackgasse der Massen. Da sucht ihr, glaube ich, Schatz, ey, ne? Sackgasse bin ich, ja. Okay, dann ist alles schon im Endeffekt belegt. Oder hat schon irgendeiner Wintertoten-Glocken-Geleuchtet auch schon eine Sackgasse, ne? Okay, wo soll ich denn jetzt noch hingehen? Sackgasse, bitte. Sackgasse, okay. Sackgasse der Massen. Ja, da gehe ich da trotzdem noch mit hin. Seide du sagst, du hast es gleich. Ja, wenn mich die blöden Schaufler nicht ständig von einer Brüstung schmeißen würden. Sackgasse der Massen. Sackgasse der Massen. Ich hab's. Okay. Dann, wer braucht denn noch Hilfe? Wo soll ich denn mal hinkommen? Wer findet seins denn nicht? Also ich finde meins nicht wie der Blickgipfel. Der Blickgipfel, komm ich mal gucken. Das ist... Deinemst wird's lucht. Der Blickgipfel. ...dau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020